Herzlich Willkommen bei Swarovski Optik anlässlich der IWA 2016. Mit Stolz darf ich Ihnen heute unser neues Z8i präsentieren. Ein klassisches Zielvorrohr mit echtem 8-fach Zoom. Es ist uns gelungen, das hochkomplexe optische System in einem klassischen, traditionellen Jagdzielvorrohr mit 30 mm Mittelrohrdurchmesser zu verbauen. Neben optischen Höchstleistungen bieten wir dem Zielvorrag einen hervorragenden Seekomfort. Seekomfort bedeutet, gerade beim Anschlag auf flüchtiges Wild, beim schnellen Anschlag, haben Sie sofort ein scharfes Bild vor Augen. Ihnen wird sofort auffallen, dass wir das Cockpit deutlich geringer halten können, aufgrund dessen, dass wir die Batterie von hinten nach vorne verlegt haben. Passt perfekt in die schlanke Silhouette des 30 mm Mittelrohrs. Erstmalig bietet Swarovski Optik zwei Absehen in einem Zielvorrag an. Das heißt, das 4AiF FlexChange Absehen hat die Option, Absinselemente zu- und wegzuschalten. Im Kernstück haben wir das Absehen 4Ai. Bei Bedarf kann der Jäger zum Beispiel bei der Drückjagd beim flüchtigen Schuss auf kurze Distanzen auf das Circle Dot Absehen zurückgreifen. Der Jäger muss die Beleuchtungseinheit aktivieren. Beim gleichzeitigen Druck auf Plus-Minus-Taste kann er den Circle Dot Ring aktivieren. Auch sehr beliebt in den letzten Jahren war unser Ballistiturm gewesen. Wir greifen auch mit dem neuen BTF, Ballistiturm Flexibil, auf dieses bewährte System zurück. Das heißt, der Jäger kann individuell angepasst auf seine persönlichen Bedürfnisse den Ballistiturm selbst zusammenstellen. Neu ist allerdings, dass Sie den Turm problemlos abnehmen können und auf eins der vier Z8-Modelle ganz leicht aufsetzen können. Die Z8-Serie besteht aus vier verschiedenen Modellen, aus einem 1-8x24, dem klassischen Drückjagdglas, bis hoch zum 2,3-18x56 für die Dämmerungs- oder Nachtjagd. Wir sind stolz, die hochinnovative Optik in einem klassischen 30 mm Mittelrohr verbauen zu können und bieten darüber hinaus zwei attraktive Zusatzproduktmerkmale, in denen wir das Absehen zuschalten können und wegschalten können bei Bedarf und eine innovative Lösung für unseren Ballistiturm. Herzlichen Dank!